Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wunderschöne Freundin! Entschuldige die Verspätung, ich habe noch das ganze Gluten auf der Welt eingesammelt und es uns allgeschossen, wo es uns nie wieder schaden kann. Gib mir einen Kuss und red keinen Stoß, Red. Was zum Ficklappen ist das denn? Mein Name ist Cable. Ich will den Jungen. Was? Den Jungen? Auf den Weg oder stürme. Kinder geben uns die Möglichkeit, bessere Menschen zu sein. Er braucht dich. Du bist tausendmal klüger, als ich aussehe. Ich lasse nicht zu, dass Cable den Jungen tötet. Aber ich schaffe das nicht allein. Du, sprichst du mal lauter? Mit dem Minischwanz im Mund bist du kaum zu verstehen. Wir gründen eine verkackte Super-Duper-Gruppe. Die muss tough, moralisch flexibel und jung genug sein, um zehn Jahre lang eine eigene Franchise zu tragen. Und wir nennen uns... Ex-Force. Ist das nicht ein bisschen einfallslos? Da hast du absolut recht. Also, dann wollen wir mal den scheiß Absprung schaffen. Sagt mir, dass die das in Slowmotion draufhaben. Das Richtige zu tun, ist eine Sauerei. Aber im Kampf für das Richtige... ...muss man manchmal schmutzig kämpfen. Und das ist der Grund, weswegen eine für vier absolute Pornografie ist. Ich wünschte, ich hätte das College abgeschlossen. Der Zweite ist noch besser. Doppel-Daumen hoch. Fakten Dritten machen die garantiert nicht. Ja, wieso sollten die auch? Zwei reichen. Sauberer Abschluss.